Hier ist Evendorf, Gemeinde Egestorf, den waren wir natürlich schon mal, macht aber nix. Da gibt es Obst, Marmelade, Kartoffeln, Heidehut, Landwurst und Chicken. Das ist aufgebaut, das ist eine... Armelige Hausen, machen wir schon, kommen wir weiter aus. Omas Bratkartoffelhaus, hier noch was in die Gate ist. Wir wollen gleich mal auf die Autobahn, das mal ausprobieren. Dass wir hier mal rauskommen, hier aus Niedersachsen. Wir wollen noch ein bisschen Kreisherz und Traubenburg noch ein bisschen durchforsten. Das wärs erstmal, tschüss. Das wärs erstmal.